so leute da sind wir beim nächsten video dieses mal wieder ein magic minigame video ich weiß diese nicht beliebt aber ich mag die minigames und muss das hat ein paar änderungen gemacht und deswegen dachte ich ich habe die bekommen relativ schnell und dann mache ich doch schnell das video an dieser stelle einmal vielen 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 dank an den guten meli von mtg checkt sein channel aus der ist auch aktuell kanal des monats nochmal danke dafür dass du mir die dinger zugeschickt hast damit ich sie hier vorstellen kann ihr wisst ich mag die minigames ihr habt oben jetzt gerade auch die verlinkungen zwei verlinkungen werden im lauf des videos kommen noch zusätzlich zu den anderen beiden videos sie sind nicht beliebt das ist mir bewusst ich mag die minigames und möchte sie euch trotzdem einfach mal zeigen wir haben nämlich eine kleine änderung wir haben unser minigame nummer eins strictly better strictly better hatten wir vorher auch schon aber was sich verändert hat ist das war die alte liste mit 34 sachen und das sind neue tastiest und most explosives und tastiest sind hier nicht dabei 30 ist der traumjob das heißt wir haben hier ja most scholar spirit ein bisschen angepasst auf strixhaven wo diese teile herkommen ich glaube ich habe es gar nicht erwähnt das ist nicht strixhaven und ja dann haben wir first picked in draft grossest cutest wie gesagt wenn ihr da also es ist ihr könnt hier kurz mal pause machen dann könnt ihr da sehen dass es eine andere eine andere ding ist und ansonsten wenn ihr das minigame kennenlernen wollt wissen wollt wie es funktioniert oben wie gesagt ist auch der link zum allerersten da ist es dann auch schon drin und da ist es aber auch mit 34 und hier sind es nur 30 dafür ein bisschen angepasst kann jeder sehen wie er möchte ich finde es ganz okay dann haben wir booster slurve booster slurve heißt auf deutsch glaube ich booster detektiv und ja ich glaube es hat es hat sich nichts geändert bei booster detektiv leider ist immer noch genau derselbe game mode nur dass es jetzt die nummer zwei statt die nummer drei ist aber das auch schon mal durch dann haben wir careful study das ist der spielmodus der in kaltheim neu gekommen ist und bei dem hat sich auch nichts geändert gar nichts was ich sehr sehr schade finde aber auf der anderen seite haben halt so leute die kaltheim ausgesessen haben hier eine möglichkeit diesen diesen game mode trotzdem zu spielen was ich ganz cool finde ich finde es aber trotzdem cool wenn sie wie bei strictly better so ein bisschen anpassung machen dann haben wir einen neuen spielmodus also diesmal sind wesentlich mehr neue spielmodus drin und zwar haben wir den winchester draft winchester draft ist ein zwei spieler draft ja ihr habt richtig gehört zwei spieler sechs booster draft system 30 minuten zeit und ihr braucht noch zusätzlich basic lands das ist das erste mal dass wir sehen dass man auch was zusätzlich braucht außer diese packs interessanterweise beziehen sie sich hier auch auf die set booster was ich sehr interessant finde weil winchester draft hat man auch mit draft boostern gemacht jetzt anscheinend mit set boostern grab a fan and play some magic in this casual two player draft also wie gesagt kann man das machen so man nimmt alle sechs booster nimmt länder und zusatzkarten und tokens und so weiter raus mischt diese und nimmt dann liegt die dann auf ein stack dann nimmt man zufällig vier karten auf den einen stapel vier karten auf den anderen stapel und so hat man dann insgesamt vier separate peils die man macht und dann sucht man sich aus wer startet mit dem draft und der erste spieler sucht sich ein der vier stapel aus und nimmt den in sein draft pool er nimmt eine neue karte vom stack und legt sie halt runter und dann nimmt der eine karte von dem großen stapel wo dann halt diese sechs packs drauf sind und legt den auf in diesen in diesen pool rein in diesen spot das ist ganz cool dann nimmt der nächste spieler sich einen dieser vier separierten stapel nimmt eine karte davon raus legt ihn zurück und legt dann eine karte von dem großen stack zurück in seinen booster sozusagen und das macht man so lange bis alle booster verschwunden sind auf dem feld also bis diese kompletten stapel runter gemacht wurden danach macht jeder ein 40 karten deck und spielt gegeneinander ganz normales magic man bestimmt wer random anfängt man spielt im best of free und man hat zeitboard mit dem restlichen karten ist ganz cool einfach weil winchester draften zu zweit gerade jetzt in der pandemie ja man kann zu zweit draften das als minigame einzufügen finde ich richtig cool und macht auch richtig richtig sinn und dann kommen wir zu dem noch einem neuen game modus also sie haben verbessert gleich gelassen neuer modus und neuer modus richtig nice danke dafür wir haben dominarios da steht domino drin das liegt daran dass wir eine art von domino spielen da steht extra bei in an ancient dominaria ursa und sarah would play dominarias to pass the time connect all cards in the most condensed way possible ja was ihr braucht ein spieler ein pack fünf minuten zeit das heißt ihr könnt das wenn ihr gerade ein pack nebenbei liegen habt auch einfach kurz pausieren die runde manner runde spielen und dann mir sagen was ihr davon haltet ich finde es sehr sehr cool und zwar habt ihr ein pack ihr removed alle standardländer werbungskarten und tokenkarten daraus und dann nehmt ihr eine karte davon und legt sie in das feld diese karte ist nun im spiel logischerweise und danach legt man andere karten an see the diagram und back of discard das machen wir jetzt damit ihr steht was man meint bedeutet wenn ihr diese karte in der mitte habt könnt ihr die farbe also ihr könnt nach unten hinlegen wenn die farbe stimmt ihr könnt nach links hinlegen wenn sie der kartentyp gleich ist also wenn beides eine kreatur ist was ganz cool ist da müsst ihr nicht auf die farbe achten und nach rechts könnt ihr die mana kosten legen das heißt wenn beides irgendwie also formuliert cmc da steht match mana value deshalb cmc finde ich ganz cool dass sie so draufgeschrieben haben also wenn beides irgendwie ein mana kostet könnt ihr die rechts davon legen und wenn ihr der erste buchstabe der karte oben den gleichen anfangs buchstaben hat wie eine andere karte könnte sie nach oben weg legen und dann fangt ihr bei dieser karte genau dasselbe an das ist richtig richtig cool hier ist ganz cool noch mal die note matching left and rights will require rotating the card being placed 180 das bedeutet wenn die links oder rechts passt muss man die halt drehen natürlich dementsprechend also die karte einfach damit es angenehmer ist wenn man hier zum beispiel die farbe anlegen möchte und hier der der anfangs buchstabe passt damit man das anständig hinlegen kann so legt man dann sein ganzes booster auf und spielt sozusagen domino das ist domino das spiel endet wenn alle karten die connected werden konnten connected wurden und danach zählt man die höhe und die breite des feldes also die maximale breite und die maximale höhe und sucht euch dann aus welche zahl höher sagen wir die ist drei also ihr habt drei hoch danach habt ihr den faktor dass ihr noch zwei karten habt die ihr nicht legen konntet weil ihr euch irgendwie verlegt habt oder weil die karten einfach keine connection haben konnten dann edit ihr die beiden zahlen das bedeutet ihr habt drei plus zwei das heißt ihr seid bei fünf bei fünf heißt ihr seid fünf oder lauer ist planeswalker und zwar der beste das heißt ihr habt alles geschafft sehr kompakt beieinander zu legen hat alle karten losgeworden dann habt ihr sechs sechs ist ein wizard das heißt ihr habt einmal eine fünfer reihe und habt dann noch eine karte übrig okay passt wenn ihr die andere dann dreier habt müsst ihr halt trotzdem die fünfe adden das heißt ihr habt eine sechs das heißt ihr seid wizard bei sieben oder mehr seid ihr einfach ein goblin finde ich witzig also man hat hier auch so ein einspieler bewertungssystem wo man sagen kann hier ich habe eine fünf ich habe eine sechs ich habe eine sieben ich habe nach ich habe eine zehn damit kann man bestimmt auch cool seine zeit vertreiben und ja soviel zu den minigames danke noch mal an melden die bau mtg das waren die neuen und auch veränderten minigames mal sehen was passiert wenn modern horizon 2 rauskommt ich weiß nicht ob da auch minigames drin sind ich meine es werden ja set booster kommen bin ich noch ein bisschen gespannt ansonsten mal gucken wie lange diese reihe sich noch weiterführt mit den minigames und wie lange ich euch noch damit nerve bis ihr sie endlich mal testet und spielt weil die meisten davon sind ziemlich gut es gibt ein paar die finde ich nicht so gut aber die meisten davon sind richtig cool und da macht sich wizard schon viel mühe und leider wird das nicht so gut gewürdigt wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin neuer blackseat ciao 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 ciao